Liebe Kornwestheimerinnen und liebe Kornwestheimer, ich wünsche Ihnen ein glückliches, erfülltes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2023. Ich möchte mich bei Ihnen im Namen der Stadt und im Namen des Gemeinderats für Ihr Engagement in Ihrer Heimatstadt bedanken. Kornwestheim hat im Jahr 2022 viel bewegt. Zuletzt denke ich an den Weihnachtsmarkt hier auf dem Marktplatz, der die Vielfalt unserer Stadt gezeigt hat. Die Vereine, die Institutionen, die Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen haben das Beste für Sie gegeben und Sie waren unsere Gäste. Sie haben sich bei der Stadt Kornwestheim für dieses Weihnachtsgeschenk bedankt. Das freut mich sehr und wir alle wollen Ihnen auch im Jahr 2023 die besten Wünsche mit auf den Weg geben. Wir wissen heute noch nicht, was uns erwartet. Wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns Frieden, aber wir wünschen auch, dass unsere sozial gute Atmosphäre in Kornwestheim erhalten bleibt und dass wir durch das Miteinander in der Stadt für jeden Menschen eine gute Heimat finden und vor allem, dass sie sich hier geborgen und sicher fühlen. Denn nur da, wo wir uns sicher fühlen, fühlen wir uns zu Hause. Das wünsche ich für jeden und jede von Ihnen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie. Das wünsche ich 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 für Sie.